Und eigentlich sind die total diabolisch, ähm, naja, sofern Diablo 3 überhaupt diabolisch aussehen kann, ne? Also die Vorgänger waren ja schon ein bisschen düsterer vom Setting her, sagen wir es mal so. Okay, so, die Erde ist fertig, die könnten wir dann auch durch den Mangel drehen. Aus diesen zwei verbliebenen Slabs können wir wieder zwei Cobblestones craften, also da geht nichts verloren. Wir können natürlich auch aus den Slabs hier wieder, äh, Vollblöcke craften. Okay, wir brauchen aber definitiv noch mehr. So, ah, vier Stück, das ist super, ich mag das, wenn das aufgeht. Passt alles, Glenvan, wunderbar. Hm, wäre cool, wenn später weitergehen, äh, weiter ginge. Ich denke mal, das bezieht sich auf den Skyblock hier. Äh, das ist der Looping der Regenbogenstrecke beim übernächsten Mario Kart, oh ja. Okay, zwei doofe, ein Gedanke. Okay, ähm, ja, wir haben jetzt drei Cobblestone, damit können wir eigentlich nichts machen, außer, warte mal, gib das mal her. Ich mach das hier vorne, da können wir ja durchlaufen. Genau, ähm, genau, ich hab noch die Slabs, das heißt, ich werd meine Work Area, äh, hier mal erweitern. Und zwar, nach hinten raus. Einfach ein bisschen breiter machen, die Torch, die leuchtet ja natürlich nicht nur in zwei Richtungen, sondern 360 Grad. Ähm, das heißt, wir können das hier auch nochmal ein bisschen nach hinten ziehen. So, ich muss halt nur gucken, dass ich da hinten auch noch drankomme. So, die bocken wir auch nochmal einen auf. So, einmal kurz mit F7 überprüfen, ob hier irgendein X ist. Nein, ist nicht. Also, alles cool. Ich werd noch zwei Barrels bauen, einfach aus dem Grund, falls es regnet, ähm, dass wir uns Clay herstellen können. Ich werd das natürlich zeigen, sobald wir soweit sind. So, zack, zack. Und dann können wir hier oben, kommen wir überall dran, das ist wunderbar. Okay, die Bäume sind immer noch nicht gewachsen, dann hängen wir mal wieder ein bisschen nach. Ich find das cool, dass diese Windows, ähm, Eingabehilfe jetzt hier nicht die ganze Zeit aufploppt, während ich hier Shift drücke, wie so ein Irrer. Ähm, ich glaube, war das bei Windows 7 noch so? Ich hab keine Ahnung. Ähm, bei XP war das definitiv so, zweimal Shift gedrückt und, äh, da kam, ja, okay, dreimal Shift gedrückt und dann kam, ach, wir haben ja noch welche. Immer diese, ähm, Eingabehilfe, Aufforderung oder Freischaltung oder keine Ahnung, ähm, war schon ein bisschen dämlich. Naja. Zumindest hier auf Windows 10, und ich weiß Gott, ich mag Windows 10 nicht, ich hab's trotzdem, frag mich nicht warum. Ähm, trotz Windows 10 passiert mir das hier nicht. Das einzige, was hier natürlich sein könnte, ist, dass das durch irgendein vermasseltes Update hier einfriert oder, äh, auf sonstigen Wegen zugrunde geht. Äh, ich schieb die Schuld mal auf die Jungs in Redmond. Okay. So, mutig, dass ich mich hier ohne Shift so weit raustraue, aber ist okay. Alles klar, da haben wir doch mal eine ganz kleine Basis geschaffen. So, wie bekommen wir jetzt Clay? Das ist ganz einfach, warte mal, wir haben ein viertes Barrel. Das heißt, ich möchte doch ganz gerne auch einen vierten Cobblestone haben, damit das einigermaßen aufgeht. Wir sollten nochmal wieder was, äh, ja, in den Schlund werfen. Okay, was steht da wieder? Carl Klammer erklärt dir, wie man eine Tastatur benutzt. Ja, so ähnlich. Aber, ich glaub, Carl Klammer, du meinst hier die aus Office wahrscheinlich, ne, aus Word. Diese komische Büroklammer, die immer an den, an den Bildschirm geklopft hat. Boah, das war so ätzend. Ähm, aber das war doch noch Windows 98 oder sowas, ne. Das war doch noch jenseits von Gut und Böse. Ähm, nee, dann kam, wollen sie, da Shift Spam den, den Captain ruft. Okay. Ähm, ja. Äh, was wollte ich machen? Ah ja, auf den Erdblock hier warten. Okay, da ist der auch schon fertig. Äh, hoch. Ich soll natürlich auch den Erdblock hier durchsieben und nicht die, die Holz, äh, Slabs. Ich mein, ich kann's da mal probieren, aber ich möchte nicht wissen, was für Muskelkraft vonnöten ist. Oh, vier, das ist cool. Ähm, wie viel Muskelkraft vonnöten ist, äh, ja, dass man überhaupt Holz durch ein Sieb treiben kann. Das ist ja schon der Wahnsinn schlechthin. Okay. Das heißt, wir bauen uns erst einen Holzhammer. Äh, das ist ganz einfach. Zack, zack. Wir müssen nämlich aus dem Gestein, ähm, Staub herstellen. Und das geht ganz einfach. Mit Veinminer sogar noch einfacher, wenn die Plattform zumindest nicht aus Cobblestone ist. Also wie das Ausgangsmaterial, nicht? Äh, ich verweise nur nochmal auf die Harmonie Bros, äh, dessen Harmonie irgendwo nur auf dem Papier steht. Und, ähm, warte mal, war das der? Ne, das ist der Hammer. Okay. Ich hab das, äh, das UI ein bisschen kleiner gemacht. Ähm, ich dachte, das ist vielleicht besser, weil man dann mehr vom Spiel sieht. Ähm, okay. Und jetzt haben wir Dust. Also, wir haben im ersten Schritt Gravel bekommen, im zweiten Schritt haben wir Sand bekommen und im vierten Schritt Dust. Und dieses Dust müssen wir in mit Wasser gefüllte Barrels packen, damit es zu Clay wird. Jetzt müssen wir eigentlich nur warten, bis es regnet und das kann ewig dauern. Deswegen werde ich mal in der Zwischenzeit einfach noch mehr Leaves ranholen, dass wir noch mehr, ähm... Ha, diesmal war es nicht der, äh, Baum, der zu meinem Hintern, der meinem Hintern zugewendet war. So. Okay. Na super. Da ist das Ding auch schon wieder kaputt. Die gehen viel zu schnell kaputt. Und warum ich immer zur, zur Crafting Station renne, ich weiß es nicht. Das ist so eine dumme Angewohnheit. Es wird dunkel, wir können pennen gehen. Äh, ich will aber eben noch die Bäume neu pflanzen. Ah super, jetzt ist die Axt eh kaputt. Müsste ich eine neue bauen, das mache ich mal eben. Ähm, was dieses Bilders Wand, ich glaube Pessi hat mir mal erklärt, was das Bilders Wand ist. Ähm, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, man kann dann irgendwie aus einem bestimmten Material, also aus dem gleichen Material, eine bestimmte Fläche gleichzeitig bebauen. Ähm, also so 3x3 oder sowas in die Richtung. Ähm, das ist vielleicht ganz cool für die Woodslabs, wenn wir die Plattform, weiter ausbauen. Wir haben ein Grass Seed, das ist cool. Da können wir einen Dirtblock mit, äh, Gras besiedeln. Das heißt, da wächst dann ein Grasblock, ähm, ja, hinaus. Oder er, ja, wandelt es um, sagen wir es mal so. Und dann fängt die Wiese an zu wachsen. Auf Wiese spawnen Tiere und Tiere brauchen wir später, äh, für ganz schlimme Dinge. So, nein, um sie zu schlachten, um, um Nutzen aus ihnen zu ziehen, für was noch sonst. Äh, was wollte ich denn jetzt machen? Ach ja, eine Axt. Mann, Mann, da quassle ich mich schon wieder um den Verstand. Okay. Weil ich wollte ja diesen Tree auch noch köpfen. Beziehungsweise eigentlich die Füße wegschlagen. Zumindest, wenn ich unten ansetze. So, zack, zack. Und ich gepennt. Gute Nacht. Damit kann man immer eine ganze Reihe dran bauen. Äh, wenn man genug Material hat. Ja, das ist, glaube ich, ganz praktisch. Ich weiß nur nicht, wie man definiert, mit welchem Material er baut. Kann man das irgendwie definieren? Äh, ich versuch das mal. Hm. Nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ähm. Wäre vielleicht für das nächste Mal herauszufinden, wie das da funktioniert. Äh, falls überhaupt Interesse besteht, dass es ein nächstes Mal geben sollte. Äh, es sollte auf jeden Fall mal anfangen zu regnen. Das verzweifle ich ja bald. Ähm. Ja, wir brauchen, wie gesagt, einen Eimer. Und ein Crucible. Und zusätzlich brauchen wir noch ein fünftes Fach. Äh, Fach, genau. Fass für Regen. Wobei ich glaube, das reicht, wenn es einmal regnet. Ähm. Ähm. So, ein A-Pocket-Tree. A-Pocket-Tree. Ähm. Denn wir brauchen ja noch ein, äh, Bucket voll mit Eimer. Äh, nein, wir brauchen einfach ein Bucket voll. Nein, das habe ich jetzt schon das zweite Mal so gemacht. Äh, wir brauchen einen Eimer voll mit Wasser. So, ich glaube, auf Deutsch ist es einfacher auszusprechen. Captain Capslock und seine Shift-Crew. Okay, damit kann man immer eine ganze Reihe... Achso, das hat mir gerade. Ähm, das Gleiche, an welches du dran baust. Aber irgendwie glaube ich, da müsste doch so ein Overlay kommen, was zumindest die Reihe anzeigt. Aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Äh, okay, das hat mein Kruk erstmal instant zerstört. Das ist ja natürlich super. Ich glaube, ich habe auch gar keine mehr. Ähm. Wir brauchen Flux-Infused-Tools. Könnt ihr mal abstimmen, ob wir das heute noch schaffen. Ich bezweifle es mal sehr stark. Wir hängen ja immer... Wir können ja nicht mal mit einem Kruk, der ist in der Pocket-Tree besiegt. Ähm. So ein Mist. Ich baue mal wieder zwei. Jo. Ja super, da komme ich doch jetzt gar nicht mehr dran. Ach, Mist. Hm. Das ist natürlich... Ne, jetzt ist es mir egal. Ich hole es denn ab. Der nächste Baum wird es richten. Da wird schon irgendwas draus kommen. So nötig haben wir es jetzt ja auch nicht mehr. Ich denke, die Startschwierigkeiten bis auf die Nahrung haben wir überwunden. Ja, Nahrung ist auch so ein Thema. Da sollten wir uns auch mal frühzeitig drum kümmern. Ja, ein Bucket voll mit Eimer. Das habe ich schon bei Harmony Bros so gesagt. Und das war rein aus dem Affekt. Und jetzt ist es mir wieder rein aus dem Affekt passiert. Das ist irgendwie... Das ist irgendwie... Es ist einfacher zu sagen, ein Eimer voll mit Bucket oder ein Bucket voll mit Eimer als ein Eimer voll mit Wasser. Oder es gleich richtig zu sagen, ein Bucket voll mit Wasser zu sagen. Das ist... Ja, ich weiß nicht. Diese Gitterlinien. Quasi Blockphantome. Genau, da kommt diese Gitterlinie. Das hatte ich in Erinnerung. Und ich meine, Pessi hat mir auch mal gezeigt, wie das funktioniert. Aber... Ähm... Ich sehe es hier nicht. Siehst du es? Ich nicht. Vielleicht geht das nur auf ganzen Blöcken. Ich habe keine Ahnung. Ähm... So, ich gehe jetzt hier ganz außen dran. Huch. Ähm... Rechtsklick nein. Linksklick nein. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat es... Hat es ein Hotkey oder sowas. Warte, ich schaue mal kurz, während die Sachen hier runter plumpsen. Ähm... Options, Controls. So. Ähm... Wie heißt denn das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wonach ich es suche. Ach so, hier. Want. Da sehe ich es doch schon. G. Taste G. Aber die ist mehrfach belegt. Das ist doof. Ähm... Focus Wands. C... Ach so, Crafting ist C. Ich hoffe, das überschneidet sich nicht mit irgendwas anderem. Ähm... Mal G. Ne. Ne, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wahrscheinlich überschneiden sich die Controls ein wenig. Ähm... Sogar so ein paar Mal. Also daran scheitert es nicht. Äh... Äh... Und ähm... Ich muss erstmal so ein bisschen Gespür für alles, für die ganzen Tools und so weiter bekommen. Äh... Und deswegen wollte ich mich am Anfang nicht überfordern. Ja, wahrscheinlich schneiden sie, äh... Überschneiden sich ähm... Definitiv so ein paar Controls. Naja, egal. Da möchte ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so lange dran aufhalten. Ähm... Na komm. Ne, der braucht wieder eine extra Einladung hier. Und dann ist noch so ein kleiner. Ja, super. Äh... Okay. Der Kruk. Ich hoffe, der hält noch so ein bisschen. Ja, super. Ach so, das sind noch die vom Apoketree. Das ist nicht so schlimm. Banananana. Gut. Banananana. Ja, vielen Dank, Legendary Domi. Ähm... Ich hoffe, der Sound kam diesmal an. Ähm... Ja, vielen Dank fürs Folgen. Dann hat das... Hat sich das Bedanken jetzt auch eine Berechtigung? Nein, natürlich nicht. Ich hab mich ja bei allen anderen auch schon bedankt, die mich auch schon vor dem Stream... Die mir vor dem Stream gefolgt sind. Ähm... Ja. Gut. Oh, wir haben 59... Äh... Leaves. Dann werde ich mal schnell vier... Blöcke hier rausholen. Okay. Das reicht sogar. Wir könnten eigentlich noch zwei... Drei Barrels könnten wir noch... Äh... Voll machen. Aber ich... Ich belasse es bei den Vieren. Das sollte eigentlich reichen. Hä? Wie? Noch nicht mal epische Pixel-Schlachten? Äh... Auf was soll sich das jetzt beziehen? Okay. Hm... So, wir warten eben, bis die Erde hier durch ist. Wie gesagt, eigentlich bräuchte ich jetzt nur Regen, damit es endlich weitergeht. Ähm... Egal. Mach ich einfach hier weiter. Hol noch ein paar Slaps raus. Ach, Slaps. Ein paar Leaves. Äh... Saplings wollte ich sagen. Genau. Saplings. So, der erste und der zweite. Okay. Ja, die Wand... Ach, die Wand. Der, ähm... Der Crook, der ist jetzt auch schon wieder eine Fritten. Habe ich noch welche? Ja, und ich gehe wieder an die Crafting Station. Ähm... Wie gesagt, die Angewohnheit, die werde ich irgendwie nie los. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier einiges ran geschleppt, was das... Was diese Ressourcen hier angeht. 33 plus diese zwei Not-Saplings in der Truhe. Warte mal, ich packe mal lieber das, ähm... Auch hier alles rein. So, die packe ich da rein. Die Strings, die werden wir jetzt erst mal...